Liebe Zuschauer, seit Juli 2017 gibt es beim Kreissportbund Bautzen eine Stelle für Fragen rund um das Thema Integration. Und Integrationsbeauftragter ist Thomas Henschel. Henschel, gleich zum Einstieg an Sie als Frage. Mit welcher Intention wurde diese Stelle gegründet? Ja, der Sport bietet ja eigentlich eine hervorragende Voraussetzung, um Menschen zu integrieren. Und die Flüchtlinge, die hier nach Deutschland gekommen sind, sollen natürlich auf diesem Weg an die Menschen angegliedert werden, beziehungsweise damit sie sich auch richtig einbringen können. Und das ist aufgrund der Tatsache vom Landessportbund als auch vom Landratsamt so eine Stelle geschaffen worden, die befristet bis zum 31.12.2018 gibt. Reden wir mal über den ersten Kontakt. Wie findet der eigentlich mit den Sportlern statt? Ja, es war ganz einfach so gewesen, dass ich mich in dem Wohnheim vorgestellt habe und wir ganz einfach ein Schreiben gemacht haben, ob Jungs, Mädchen, Kinder, Erwachsene einfach Interesse haben, Sport zu treiben. Und so ging das eigentlich los. Ich habe angefangen, eine Beispielsportgruppe zu gründen. Und da sind im Prinzip sechs, sieben Leute gekommen. Und mittlerweile ist es so, dass wir in Hoyerswater und Bautzen jeweils eine Sportgruppe haben, die in Hoyerswater mit 15, in der Regel 15 Sporttreibenden sich gegründet hatten. Und in Bautzen sind es mittlerweile 25 bis 30, die regelmäßig da Sport treiben. Eine Vielzahl von neun Sportlern. Mit welchen Aufgaben werden Sie denn dann konfrontiert? Ja, wie gesagt, der Erstkontakt ist so, dass wir wirklich die Jungs, Mädchen ganz einfach daran gewöhnen, dass sie pünktlich kommen, dass sie einzelne Kriterien ganz einfach auch erlernen. Und dann kommt es natürlich dazu, dass ich möglichst diese Sporttreibenden an Vereine orientiere, beziehungsweise dass ich die vermittle, damit sie in den Gruppen vor allen Dingen mit deutschen Leuten noch zusammenkommen. Reden wir einmal über Schwierigkeiten, die es ja durchaus auch gibt. Wie lösen Sie die eigentlich, beziehungsweise können Sie uns auch mal ein paar Beispiele nennen, wie solche Lösungen aussehen? Ja, es gibt verschiedene Varianten, dass man angefangen von der Pünktlichkeit, dass man da wirklich auch mal ein paar kleine Strafen in Form von Liegestützen da auswählt oder die Betroffenen ganz einfach da mal versucht zu erziehen in dieser ganzen Sache. Es gibt sicherlich auch mal Zwistigkeiten untereinander, wenn es im Wettkampf geht. Aber das sind ja genau diese Punkte, die wir auch mal ein bisschen rauskitzeln müssen. Und dann ganz einfach Lösungen den Jungs vorschlagen. Und das ist so ein bisschen so eine Geschichte. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich keine großen Schwierigkeiten bis jetzt gerade mit dem sportlichen Wettkampf gehabt. Da gibt es klare Kriterien und danach richten die sich auch. Ziehen wir mal so eine kleine erste Bilanz. Wie wird denn die Stelle eigentlich wahrgenommen? Ja, mittlerweile nach einem halben Jahr hat sich da vieles eingespielt, beziehungsweise bin ich da auch bekannt geworden, ob in Hoyerswerda, in Bautzen, in Radeberg oder in Kamenz. Und ich habe einige Sportler vermittelt in Sportvereine. Und das sollte eigentlich auch das Ziel und der Zweck sein. Und seit dem heutigen Tag haben wir auch eine Abteilung Futsal direkt gegründet, die dem MSV Bautzen angeordnet ist oder angegliedert ist. Und ja, das ist schon ein kleiner Erfolg, dass man so etwas hinbekommen hat. Gerade das Thema Integration ist ja im Bereich Politik und Gesellschaft immer wieder ein Reizthema, gerade auch im Landkreis Bautzen. Doch was können gerade diese Felder aus dem Bereich Sport zum Thema Integration lernen? Ja, es haben sich sehr, sehr viele männliche Personen, vor allen Dingen Sportvereine, angegliedert und kommen da richtig gut klar mit den deutschen oder mit den einheimischen Bürgern oder Sporttreibenden. Und da sind teilweise vier, fünf Nationen in einer Trainingsgruppe. Und das funktioniert hervorragend in der ganzen Angelegenheit. Und wie gesagt, das ist mit den Flüchtlingen der eine Punkt. Aber es soll vor allen Dingen auch weitergehen, dass diese Integrationsstelle auch die Jugendhilfe mit einbezieht oder auch den Behindertensport, der jetzt von uns mit angepackt wird in dieser Richtung. Abschließend noch ein Blick in die Zukunft. Welche Ziele haben Sie sich gerade mit der Stelle noch gesetzt? Ja, wie gesagt, in der Frage davor war es schon, ich habe jetzt einen richtigen Fuß drin in dieser, ja im Flüchtlingssport sage ich jetzt mal ganz einfach Integrationssport. Ich möchte noch mehr, noch mehr Flüchtlingen die Möglichkeit geben, dass sie in den Sportbereich reinkommen und dass sie auch Sport richtig organisiert treiben. Aber noch mehr möchte ich jetzt in dieser Jugendhilfe, weil ich glaube, es gibt viele benachteiligte Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht die Möglichkeiten im Finanziellen haben, dass ich dort vermittle und auch denen die Möglichkeit biete, Sport zu treiben. Herr Henschel, vielen Dank für das Interview und wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.